Was ist das? Was hat Wita vor? Wird sie ihr Auto dekorieren? Ich werde das flauschigste und rösigste Auto der Welt machen. Alles rosa? Sogar die Züren. Ich werde jede Ecke kleben. Wunderschön! Ich habe das perfekte Auto. Das hat sonst niemand. Ist das nicht wunderschön? Wow! Das ist ja gar nichts. Ich werde dir zeigen. Ja, ich habe eine Idee. Ich werde auf jeden Fall Zacken brauchen. Nichts Süßes. Hallo? Das ist ihr Auftrag. Das war schnell, danke. Was für eine große Kiste. Eine Dose mit schwarzer Farbe. Genau das, was ich brauche. Jetzt werde ich diesem Mädchen zeigen, was ein cooles Auto bedeutet. Drei, zwei, eins. Geschafft. Der letzte Schliff. Und das ist das beste Auto meines Lebens. Was haben wir als nächstes? Ich muss die Zacken anbringen. Geben wir Klebstoff dazu. Und jetzt sieht es einschüttend aus. Und auf die Räder muss ich auch kleben. Perfekt. Was ist das? Das glaube ich nicht, oder? Was für eine Neuigkeit. Okay. So einfach gebe ich nicht auf. Ich habe das Äußere dekoriert. Jetzt muss ich das Innere des Autos verschönern. Weiche Sitze sind meine Liebe. Nun noch ein paar Details. Die rosa Lenkradabdeckung ist perfekt. Wie flauschig es ist. Fertig Ja, ich habe das schönste Auto der Welt Und wie wird es ohne dich sein, Schatz? Charmin Mache ich etwas Licht Ich werde hier einen LED-Streifen anbringen Es wird so schön leuchten Großartig Ich habe es sehr gut gemacht Alex kann mich nicht besiegen Was? Hat sie auch alles innen rosa gefärbt? Was soll es sein? Ich habe eine Kette Mein Lenkrad wird mal cooler Weil es Eisen sein wird, nicht flauschig Man muss nur warten, bis der Kleber getrocknet ist Perfekt Ich habe noch etwas Klebstoff übrig Also werden wir noch etwas mehr hinzufügen Der Schädel wird cool und gefährlich aussehen Ich habe es euch gesagt Und der größere Schädel ist hier drüben Was habe ich noch da? Oh, Schlüsselanhänger Gut gemacht Und noch ein weiteres Detail Jetzt sieht mein Lenkrad Fultenflößend aus Mein Auto ist das Beste Ich brauchte es nicht einmal zu versuchen Mal sehen, was Vita zu bieten hat Wie toll ist das denn? Was ist das? Alex kopiert wieder meine Ideen Hat er das Auto mit Totenköpfen geschmuckt? Eifersüchtig? Es gibt nichts In meinem Auto ist genug Platz für alle Sogar für meinen geliebten Hund Bravo, Junge Benehme dich Sieh dir mein Auto an Und genau hier wirst du schlafen Was für ein Albtraum Mein Baby wird auf dem Festen nicht schlafen können Ich werde ihr ein weiches Bettchen besorgen Oh, so schnell Sie haben mir sehr geholfen Ich werde jetzt alles tun Dein Bett wird das bequemste sein Also, sieh nur, wie niedlich es ist Perfekt Wie gefällt es dir? Ich sehe, dass es gefällt Ruhe hier aus Was für ein tolles Auto ich doch habe Zeit für ein paar coole Selfies im coole Auto Ja, was für ein gut aussehender Mann Sie werden wissen, wie man seine Kofferräume unbeaufsichtig lässt Was haben wir da? Ha, das nenne ich Sicherheit Darf ich bitte? Komm schneller Ich frage mich, was da drin ist Geld? Oh nein, es ist ein Hund Ein riesiger, furchterregender Hund Was für ein Albtraum Laufen wir Was ist das für ein Geräusch? Was ist los? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert Oh nein, meine Tasche Du bist ein guter Wachmann Tasche? Bravo, Junge Peter, das scheint deins zu sein Wow Oh, meine Tasche Vielen Dank Gern geschehen Ach du Ja, er passt perfekt Ja, er passt perfekt Ach, wie schön ich doch bin Was ist da passiert? Spielen Sie eine Konsole? Spielen Sie eine Konsole? Sie amüsieren sich ohne mich? Also gut, ich zeige euch, wie man Spaß haben kann Ich stelle die Box hier hin Ich werde den Kofferraum öffnen Party-Kram Perfekt Lautsprecher Und noch einen daneben Super Und das Wichtigste Disco-Kugel Je mehr lichter, desto besser Also werde ich überall Girlanden aufhängen Noch ein bisschen und meine Party ist fertig Perfekt Und jetzt Musik Schaut, wie viel Spaß ich habe Schnell, er macht mit Was ist das? Sollen wir dorthin gehen? Wir gehen mit Und was ist mit mir? Meine Freunde sind da Lasst uns alle zusammen Spaß haben Aber warum hat Alex keinen Spaß mit uns? Er spinnt ganz allein Das ist meine Schuld Ich soll was machen Alex, lass uns gemeinsam Spaß haben Wie schön, aber ich habe einen anderen Vorschlag Willst du mit mir spielen? Ja, natürlich Pass auf, ich verliere nie Ich zeige dir, wie man spielen kann Oho, das macht Spaß Vielen Dank für die Einladung Gern geschehen Hier sind meine Unterlagen Alles gut, kommen Sie rein Wow Ich traue meinen Augen nicht Das ist doch keine Frau Und das ist eine Götin Und sie geht direkt zu mir Was für eine Schönheit Es ist heiß hier drin Hier ist mein Pass Und darin ist mein Ticket Danke Nun, an männlicher Aufmerksamheit mangelt es mir heute gewiss nicht Schönen Tag, Jungs Ich muss ins Flugzeug Los geht's Vielleicht können wir sie noch einholen Was glaubt ihr denn? Wo geht ihr hin? Kommt schon, Jun Zeigt mir eure Tickets Hier ist mein Flugzeug Was für eine tolle Figur Nicht wie bei mir Wow Endlich Ich bin so müde mit diesen Dingern herumzulaufen Da seid ihr ja meine Lieblinge Mami hat euch so sehr vermisst Was für ein Pech Lasst uns eine Reise machen Meine Schätzchen Oh, come on Hallo, ihr Ticket Alles ist in Ordnung Aber leider dürfen sie den Hund nicht mitnehmen Genau wie alle anderen Tiere Wieso? Aber ich habe eine wunderbare Idee Und einen tollen Hut in dem ich mein Kaninchen verstecke Bis bald, Bobby Keine Sorge Er kann bei mir bleiben Ihr Pass, Madame Alles ist in Ordnung Nur zu einem kleinen Check Was ist das? Jetzt geht's los Haustier sind an Bord strengstens verboten Aber keine Sorge Ihr Haustier wird auf sie warten und hierbleiben bis sie zurückkommen Guten Tag Darf ich Ihre Kopfbedeckung überprüfen? In diesem Fall zeige ich Ihnen einen Trick Hokus Pokus Und der Reisepass ist hier aufgetaucht Wow Das kann nicht sein Zeigen Sie mir jetzt schnell Ihren Hut zur Kontrolle Seltsam Entschuldigung Gehen Sie weiter Und hinter ist auch nichts Okay Guten Tag Kommen Sie herein Tja, da ist mein Kaninchen ganz allein geblieben Ich bitte um Verzeihung aber ich weiß wie ich Ihnen helfen kann Ein kleiner Trick und Ihr flauschiger Freund ist gleich bei Ihnen Einen Moment Ich glaube ich hab's Da ist er Wow Bin ich bereit Sehr gut Sehr gut Oh, was für eins Es gibt keine Ausnahmen Und Tja sind an Bord Gleich Aufgelandet Hilfe Hallo Oh, Ihre Tickets Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Schauen Sie mal So sensibel Ich habe eine Idee Gehen Sie aus dem Weg Hier ist mein Ausweis Lassen Sie mich an Bord und beeilen Sie sich Okay Was ist das? Keine Zier an Bord Nicht unter meiner Aufsicht Hä? Wie können Sie es wagen? Bitte kommen Sie rein Es tut mir leid Oh, nichts passiert Oh, da ist mein Platz Liegt es an mir Da zischt da etwas in meinem Ohr Oh nein Eine Schlange Das ist nur ein Handels Was möchte denn mein Enkelkind? Ich will Pommes Ach, großartig Ich werde dir die leckersten Pommes überhaupt machen Ich muss zuerst etwas Öl auf die Bratpfanne gießen und jetzt die Kartoffeln in kleine Stücke schneiden Das sieht doch gar nicht aus wie Pommes Umso besser Das heißt, ich kann die Runde gewinnen Ich muss die Kartoffeln zuerst mal schälen Ups, ich glaube ich habe es ein bisschen übertrieben Ich brauche hier so ein extra Ding dafür Yes Jetzt klappt es gut Ach, ihr habt doch echt keine Ahnung Ich benutze dieses spezielle Werkzeug Wer macht schon Pommes fritt in einer Bratpfanne? Dafür gibt es eine Fritteuse Man legt die Pommes da rein und frittiert sie im Öl Schaut euch diese goldene Kruste an Ist ja großartig Hä? Wo ist meine Kartoffel hin? Oh Mann Ich habe schon wieder alles übertrieben Ach, dir keine Sorgen Liebes Aber was wären Kartoffeln ohne Soße? Ketchup ist nichts für mich Ich beschließe ich eine Chefköchin Und die besten Köche der Welt machen ihre Tomatensauce selber Echtes Meisterwerk Die perfekten Pommes frites Die sind ja alle schon fertig und ich habe nichts und ich habe nichts außer Kartoffelschalen Ich muss mir was überlegen Ich weiß Ich kann die mir einfach nur bestellen Wow Hier sind die Pommes Hausgemachte Bratkartoffeln Und das sind Pommes frites vom Chefkoch So viele coole, leckere Sachen Ich probiere die mal hier Die sind ja mega scharf Ich mag nichts Scharfes Was haben wir hier? Lecker Ich mag diese Pommes Ja, das heißt Ich habe gewonnen Na, was sollen wir diesmal kochen? Ich wünsche mir ein Spiegelei Ganz einfach Jedes Gericht muss mit Liebe gekocht werden Deshalb wird mein Spiegelei in Form eines Herzens sein Dafür muss ich nur diese Würst hier anbraten und dann das Ei hier reinschlagen Ein bisschen Salz und fertig sind wir Je mehr Feuer desto schneller geht es Und jetzt kann ich das Ei aufschlagen Oh Mann Eierschale ist in die Bratpfanne geraten Wie auch immer Mann, zu viele Eierschalen Ich muss mir was überlegen Oh no Ich muss das Ding einfach zusammenrühren Hier ist doch was schiefgegangen Ich gebe noch etwas Mähchen zu Jetzt sieht man wirklich nichts mehr Schaut mal So geht das Weg mit der Bratpfanne Wir brauchen einen Toaster Jetzt schneide ich Zwiebeln und Knoblauch Dann eine Avocado Alles zusammenmischen Großartig Jetzt muss ich einen Mixer benutzen Wow Das ist eine wunderbare Mischung geworden Jetzt muss ich die auf einen Toast streichen So Und jetzt wird es Zeit für die Eier Eins reicht völlig aus Ich gebe es in die Schüssel und stelle die Schüssel in einen Topf mit kochendem Wasser So ein wunderbares Ei Hab ich gekocht Jetzt hol ich's raus Und das kommt auf mein Toast Sieht wunderbar aus nicht wahr? So ist gut Wow Das sieht ja echt toll aus Ich muss mein Gericht auch irgendwie schön servieren mit Ketchup und Senf Bist du dir das sicher? Natürlich Na mal sehen Mal sehen Gefällt mir nicht besonders Das ist ja ein Herz von der Oma Oma Ich mag dich auch Wer braucht schon Messer und Gabel Das esse ich einfach mit den Fingern Und was haben wir hier? Das sieht ja interessant aus Schmeckt das auch? Naja So lala Die Gewinnerin ist die Oma Ach mein Enkelkind Da freu ich mich Was sollen wir diesmal kochen? Eine Pizza Pizza? Aber das ist doch voll kompliziert Wie macht man die überhaupt? Ich kann auch nicht an meinen Teig kneten Das funktioniert nicht Wirklich nicht Wieso ist das so klebrig? Ach Liebes Ich hab ne Idee Hier nimm meinen Teig Dankeschön Oma Was soll ich damit anfangen? Ey Ach ganz genau Ich mach den Teig einfach von neu Einfach alle Zutaten zusammen mischen Jetzt kommt dieser Teig in die Bratpfanne Das wird ein wunderbarer Pizza Boden Jetzt kommt noch etwas Ketchup hinein Und gesundes Gemüse Ein bisschen Käse darf nicht fehlen Und jetzt heißt es abwarten Wer macht denn eine Pizza so? Ich benutze dafür extra Pizzamehl Profis wie ich benutzen noch nicht einmal eine Schüssel Erst heißt es den Teig schön zusammenkneten Jetzt muss ich den Teig noch ein bisschen fliegen lassen So in etwa Oh Mann das will ich aber auch Los flieg Ups der Teig ist hingefallen Er ist voll dreckig Ich weiß was ich tun kann Ich muss einfach den Schmutz mit etwas überdecken Ein bisschen Ketchup ein paar Oliven und sonstiges Zeug Salami und so Und jetzt einfach schließen Und noch mal durchkneten Was für ein Halbtraum Das hätte ich am besten gar nicht erst gesehen Kein Gemüse Nur Peperoni Salami und Käse Und jetzt kommt das in die Mikrowelle Jetzt lassen wir die Pizza backen Die wird unglaublich köstlich Mikrowelle Nein Hier reicht ein Doster Hier kommt mein Meisterwerk rein Ich hab mir was besseres vorgestellt aber das geht auch so Meine Pizza ist großartig geworden Besser hätte sie auch nicht sein können Das ist meine Pizza Und das ist meine Pizza Und mein Meisterwerk Na probieren wir mal Da will mich ja jemand vergiften Das sieht um einiges besser aus Schmeckt richtig gut Wow Das ist ja eine echt professionelle Pizza Das ist die leckerste Die hat gewonnen Na wer hätte denn sonst gewinnen können Na los Was sollen wir diesmal machen Ich wünsche mir Pfannkuchen Ich bin Meister in Pfannkuchen backen Erstmal den Herz so richtig gut aufdrehen Und jetzt vorsichtig meinen Teig auf die Bratpfanne kippen Jetzt umdrehen Ich versteh's nicht Wieso sollte man so viele kleine Pfannkuchen machen wenn man noch einfach einen großen Pfannkuchen machen kann Außerdem will ich meinen Pfannkuchen nicht so stinklangweilig haben Da kommen noch ein paar Gummibärchen drauf Oh nein Die schmelzen ja Mist Damit hab ich jetzt nicht gerechnet Ich mach einfach noch einen Pfannkuchen Diesmal mit M&Ms Und noch einen mit Streuseln Ich kippe etwas Ahornsirup über meine Pfannkuchen Die machen das ja gut Ich darf nicht zurückfallen Ich geb etwas Nutella in den Teig So krieg einen schönen schokoladigen Teig Und in die Mitte leg ich noch ein Stück Schokolade Und die Beeren dürfen natürlich nicht fehlen Und oben drüber kommt noch etwas Erdbeersirup Das sieht traumhaft aus Die sind fertig Mit Liebe gebacken Das sind die besten Pfannkuchen der Welt Meine werden dir am besten gefallen Das werden wir gleich herausfinden Hm Nee die sind voll ungenießbar sind das die Pfannkuchen der Großmutter Die schmecken gut Und was haben wir da Wow die sind ja schokoladig Aber die Oma hat gewonnen Ja hab ich es doch gewusst Da ist wohl jemand Ich muss die Tür öffnen Hallöchen komm rein Nein ich hab so lange auf dich gewartet Hallo Ich hab alles mitgebracht Das ist gut Hier hast du das Geld Was zum Teufel ist das denn? Wieso bringst du diese schmutzige Kiste hier hin? Das ist keine schmutzige Kiste Da sind Baumaterialien drin Die werde ich benutzen um mein Bett so richtig aufzupeppen Hä Was hast du vor geht? Geht's dir gut? Ja Ich bin bloß reingefallen Ups Sorry Ich glaube das Problem ist nicht am Karton Es geht mir gut Awesome Gleich wirst du es selber sehen Lass mir ein bisschen Zeit Gleich siehst du wie sich hier alles verändern wird Das wird so richtig toll Ich freu mich schon auf mein Meisterwerk Das sieht dir gar nicht schlecht aus Na hab ich's doch gesagt Awesome Das bringt mich auf ne Idee Ich bestell mir auch so ne gemütliche Ecke Hallöchen Kommt rein Hallo Ja guten Tag Zeig uns Wo willst du es hin? Okay Du hast dir ein fertiges Bett gekauft Das ist nicht fair Na warum nicht? Wenn ich das Geld habe? Erledigt Na schau dir diese gemütliche Ecke hier an Das ist noch nicht alles Hier fehlen noch ein paar Details Ich finde das sieht toll aus Ach ja Und die LRD-Gerlande nicht vergessen Na also Hör mal den Mund zu Sonst fliegt da noch ne Fliege rein Ich muss mein Bett noch besser machen Keine Ahnung Wie soll ich das Ding angehen? Wobei Ich glaube jetzt hab ich ne Idee Auf jeden Fall brauch ich diese Vorhänge hier Und diese Tischdecke hier auch noch Super Jetzt kann's denn losgehen Ich werd meine Ecke noch um einiges gemütlicher machen Moment mal Hier fehlt noch was Ich weiß So ein Bautacker ist genau das was ich brauche Damit kann ich den Vorhang hier rantackern Sieht gut aus Ah ich mag es Wie sich hier alles verändert Also das sieht ja wirklich besser aus als vorher Okay Ich bin fast fertig Ha Meine Arbeit ist einfach unschlagbar Beruhig dich Kate Du bist viel zu nervös Mach dir keine Sorgen Ich wollte mir bloß ne Hängematte machen So Sieht doch cool aus oder? Ne Hängematte Ach was du nicht sagst Ich muss mir was noch besseres überlegen Das werden wir ja noch sehen Ich muss Kate dringend zeigen Was ich sonst noch kann Die soll ja bloß nicht denken Dass sie hier die Beste ist Ich weiß Ich werd mir was bestellen Da ist schon die Lieferung Wo willst du hin? Da ist meine Lieferung Super Okay Ich stell das einfach hier hin Die Soundanlage können wir gleich auspacken Ich bin mir sicher Diese Disco-Kugel Wird noch ein bisschen Atmosphäre mit hier reinbringen Bye 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 Es wird Zeit Dass ein paar Freundinnen rufe Die sollen sich für mich freuen Hallo meine Hübschen Hey tut mir leid Du bist nicht eingeladen Ach große Sache Ich schlage vor Wir lassen es so richtig krachen Das gefällt mir total Bingo Ich werd noch ne bessere Party schmeißen Die wird einfach unvergleichbar sein Wo sind meine Lieblingsspielzeuge? So ist schön Bleibt einfach mal hier sitzen Wir organisieren so ne richtig tolle süße Tee-Party Wollt ihr ein bisschen Tee? Bitte sehr Bedient euch Kate feiert ihre eigene Party Ich muss die Musik so richtig aufdrehen Oh meine Drommelfälle platzen gleich Na warte Ich weiß wie ich mich rächen kann Ich warte Komm mal rein Äh was willst du hier? Hier diese Clique feiert viel zu laut Aha ich seh hier feiert jemand ne illegale laute Party Hey Mädels immer mit der Ruhe Ich hab das im Griff Wie wär's mit ein bisschen Geld? Oh ich mach dieses Angebot Okay diese Angelegenheit ist geklärt Du wirst uns nicht aufhalten Kate Verdammt nochmal Tut mir leid ich muss gehen Bingo ich hab einen anderen Plan Ich werd diese Party noch übertreffen Und etwas wirklich Großes machen Freunde wir haben viel zu tun Ich hab hier diese alten CDs mitgebracht Wir benutzen die Schere Damit schneiden wir die CDs klein Sieht doch schon mal gut aus Und diese Splitter Klebe ich einfach auf einen Globus Die glitzern so schön und schimmern Ich glaube daraus können wir eine richtig gute Disco-Kugel machen Jetzt brauch ich nur noch ein bisschen Kleber Und etwas Geduld Und fertig ist meine Disco-Kugel Awesome Oh ja die ist einfach perfekt Und die restlichen Disco-Kugeln hänge ich auch noch auf Dass die schön schimmern Und wer braucht schon eine Soundanlage Wenn ich einfach dieses Megafon hier benutzen kann Und die Musik lass ich einfach auf meinem Handy laufen Hey 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 Diese Party sieht um einiges besser aus Hier gefällt es uns Macht mit Irgendwie ist mir so richtig langweilig Wenn ich nur ein neues Handy hätte Wäre mir nicht so langweilig Alles klar ich weiß was ich brauche In dieser Schachtel habe ich ganz viele Glühbirnen Genau so habe ich es auch gedacht Ich schaue mal nach ob alle in Ordnung sind Scheint so zu sein Wie könnte ich die jetzt zusammensetzen Ich glaube ich könnte da ein Kabel gebrauchen Ich weiß auch schon wo ich es finden kann Das könnte zwar Ärger geben aber vielleicht auch nicht Ich benutze einfach meine Schere Schneide den Block ab und nehme mir nur das Kabel Die hat echt nichts bemerkt Jetzt kann ich meine Gerlande draus machen Sieht doch schon mal richtig gut aus oder Jetzt muss ich sie nur noch an der Vorderseite meines Bettes anbringen Awesome Woher hast du so eine tolle Girlande Okay ich werde mir auch was lustiges einfallen lassen Fall durch kommt rein Okay wir haben das mitgebracht was du bestellt hast Das sind bei weitem die besten Girlanden die wir haben Gleich wirst du davon überzeugt sein Wow das sieht ja noch viel cooler aus Jetzt müssen wir nur noch den Stecker in die Steckdose stecken Na was sagt ihr dazu Vielen Dank das ist genau das was ich wollte Immer gerne Es wird Zeit für eine kleine Pause Ich lege mich einfach unter mein Bett und trinke meinen Cocktail Oh nein Bloß nicht das Ich habe den Cocktail verschüttet Oh nein das ist ein Kurzschluss Ah das Bett brennt Was stehst du rum tu doch etwas Warte ich habe eine Idee Wir müssen einfach diesen Feuerlöscher hier benutzen Keine Sorge ich werde die Flamme schon löschen Das war's wir sind in Sicherheit Vielen Dank du hast mich gerettet Gern geschehen Wow Das ist zu mir Warten Sie bitte Ich komme Guten Tag Danke Das alles ist für mich Ich werde das Bett jetzt ein bisschen aufmöbeln Was macht sie? Jetzt zeige ich euch wie man ein schlechtes Bett in ein perfektes Bett verwandeln kann Alles was ich dafür brauche ist kaum viel Oh ich kann nichts halten Pass auf Alles gut Keiner wurde verletzt Also mach ich weiter Geht es dir gut? Ja ja alles ist in Ordnung Ich habe ein sehr wichtiges Detail für meine Konstruktion gefunden Lass es dort liegen Noch ein Das war's das ist der Legit Jetzt der Bohrer Au ich falle Ich habe doch gesagt du solltest vorsichtig sein Alles ist in Ordnung Jetzt werde ich den Müll loswerden Und werde mein Bett bauen Es ist sehr einfach Alles was man tun muss ist die Bretter gut zu befestigen Und das ist schon die halbe Mitte Fertig Ich habe es gut gemacht Cool Perfekt Erledigt Wow Ich will auch so ein Ich kann es mir leicht leisten Schon da Kommen Sie herein Hier ist Ihr Geld Wir machen gleich alles Vielen Dank Was ist das? Das war hart Wieso? Das ist sehr cool Das ist keine Überraschung Ich werde das beste Bett haben Cool Und Sie haben sie Blumen gestellt? Sehr gut Ja gut gemacht Mit den Kissen ist alles fertig Awesome Noch der letzte Schliff Und achtet auf eure Augen Wow Und was hast du gedacht? Wirst du das beste Bett haben? Wow Oh hey Es ist so hart hier zu sitzen Es ist so schön hier Was sieht sie mich an? Na gut Was soll ich hier tun? Das könnte mir jetzt sehr gelegen kommen Boah Hänge Jetzt wird es sicher wunderschön werden Und was wäre wenn Ich etwas anderes nehme Auf einen Schlag Jetzt muss alles auf den Punkt gebracht werden Okay Ich brauche einen Tacker Immer eine gute Hilfe Los geht's Ein Vorhab ist fertig Jetzt den zweiten Ja Geschafft Aua Warum wirst du den Tacker? Wow Ja 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 Ich werde jetzt alle überraschen Die Hauptsache ist festzubinden Ich habe eine wunderschöne Hängematte Ja ich kann mich drauf ausruhen Sehr bequem Hat sie sich eine Hängematte gebaut? Sei nicht neidisch Es ist irgendwie langweilig Eine Idee Die Hängematte ist noch nicht nötig Ich werde einen Tisch aus diesem Nachttisch und diesem Stoff machen Es sollte schön sein Jetzt brauchen wir noch Besteck Ich habe einen schönen Tee-Service mit so süßen Tassen Willkommen bei der Tee-Party meine Freunde Was für ein Kindergarten Eine Tee-Party Ich habe eine bessere Idee Ich möchte Musik hören Sie wird bestimmt eifersüchtig auf mich sein Hallo Kommen Sie rein Stellen Sie sich hierhin Feiern Sie heute Abend eine Party? Was für eine Party ohne Lichter Ja, Sie haben recht Gut gemacht Dankeschön Und jetzt rufe ich alle meine Freunde an Mädchen, hallo, hallo Ich habe euch schon so lange nicht gesehen Lasst uns Spaß haben Jetzt wird's richtig geil Was machen Sie da? Nicht reinkommen? Ich wollte das aber selbst nicht Es ist so laut Das ist unmöglich Meine Ohren Macht die Musik aus Nun, ich werde es Ihnen jetzt zeigen Ich rufe die richtigen Leute an Man wird sich um sie kümmern Ja, die Musik ist zu laut Kommen Sie Ich warte So schnell? Hallo Dorthin, bitte Wir bringen alles in Ordnung Keine Sorge Sie? Ja, ja Ein Profi ist am Werk Mädchen? Sie machen zu viel Lärm Das ist nicht gut Ich habe eine Idee Es ist für Sie Vielen, äh, vielen Dank Es ist ein Vergnügen mit so netten Leuten Geschäfte zu machen Ich wünsche euch eine schöne Party Was für ein schöner Tag heute der mich zum Tanzen und Lächeln bringt Habe ich recht Ich muss gehen Auf Wiedersehen Sieht nur, wie man Probleme lösen soll Ach so Schon wieder Okay, ich habe auch eine Idee Ich weiß, wie man Spaß hat Du wirst sehen Meine Beize wird hundertmal besser als deine sein Alles, was ich dafür brauche ist ein Globus Ich hole die Disketten Großartig Jetzt reicht es aber Jetzt muss ich sie ein bisschen zerschneiden in kleine Quadrate ausschneiden Passt auf Erledigt Ich habe jetzt viele glänzende Quadrate Sie müssen auf meinen Globus gekleppt werden Und fertig Es ist wunderschön Jetzt soll ich es hier aufhängen Es sieht perfekt aus Ich kann die Wand mit den übrig gebliebenen Scheiben sektorieren Ich habe es so gut ausgedacht Ich habe keine Lautsprecher Aber ich habe Schlauheit dafür Ich drehe meine Lieblingsmusik lauter Damit sie jeder hören kann Gefällt es euch, meine Freunde? Was ist das? Was für eine coole Party Wir müssen dorthin gehen Hallo, dürfen wir zu dir? Ja, natürlich, macht mit Es ist eine Tee-Palze, wie aufgeregt Wie ist das möglich? Ich brauche etwas Licht Das Buch ist so interessant Was ist das? Das Licht blinkt Das ist nicht gut Es ist aus Hey, funktioniert doch Was soll ich tun? Wow, ich habe eine Kiste mit Glühbirnen Das sind ganz schön viele Die hier sollte passen Oder sie könnte für etwas anderes verwendet werden Alle Glühbirnen auf dem Boden auslegen So Und dich brauche ich sehr Genauer gesagt, dein Kabel Erledigt Jetzt soll ich die Lampen anbringen Es hat geklappt Was macht sie da? Ich befestige nun die Girlande um den Rand des Bettes herum Was ist das? Super, was für eine Schönheit Es ist sehr hell Jetzt kann ich mein Buch weiterlesen Ach, ich bin so begabt Wow, wenn du so kannst, dann kann ich es auch Ich brauche eine Lieferung Dringend Guten Tag Ich brauche wirklich Ihre Hilfe Bringen Sie Licht in dieses Bett Kein Problem, ich habe alles, was ich brauche Sie werden das hellste Bett aller Zeiten haben Schalten wir an und fertig Wunderschön, hier ist Ihr Geld Danke Wow Oh nein, was für ein Albtraum alles steht in Flammen Mein Brett, was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst Wir müssen jetzt auslöschen Jetzt Ich werde alles tun Ich rette dein Bett Erledigt Das war wirklich beängstigend Aber wir haben das geschafft Komm zu mir Na ja, gehen wir Was kann ich noch tun? Aber hier ist es bei dir sehr schön Und deine Spielzeuge sind cool Frieden? Ja, natürlich Frieden Herzlich Willkommen bei unserer Künstler-Challenge Den Schokobrunnen gewinnt diejenige, die ihn am besten malt Wenn ihr einverstanden seid, dann kann es losgehen Aber ihr malt ohne Hände Eure Minute läuft ab jetzt Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob ich das schaffen kann Wobei diese Loser haben eh keine Chance gegen mich Jetzt sei mal nicht so vorheilig Ich bin mir sicher, ich werde gewinnen Ich mache einfach viel zu gut Das kannst du vergessen Ich mag mein Bild noch nicht wirklich Vielleicht muss ich bloß die Taktik ändern Ich nehme mir einfach den Filzstift Genau So ist es gut Wow, ich will auch mit dem Filzstift malen Ach, du kriegst ihn nicht mal auf Da gibt's nichts zu lachen Was soll ich tun? Die anderen sind voll gut Macht nichts Ich kann einfach die Bilder der anderen zerstören Hier brauche ich eine Feder Was hast du angerichtet? Mein Bild ist ruiniert Ups, Pech gehabt Freu dich nicht zu früh Dein Bild ist auch ausgeliefert Hier wird das Lachen noch vergehen Das geschieht dir zu Recht Nein, das reicht Chelsea, was freust du dich? Dein Bild wird das auch nicht überleben Du bist nicht Mädels, eure Zeit ist um Zeig mir eure Bilder Das ist gerade noch mal gut gegangen Was? Na, was habt ihr geschafft? Was soll das denn sein? Ein Schokobrunnen? Ich bitte euch Samantha, dein Bild gefällt mir auch nicht Hat sich denn jemand Mühe gegeben? Ich, ich Nun, das ist besser als der Rest Also gewinnt diese Runde Chelsea Wow Ich hab mir am meisten Mühe gegeben Denkst du etwa, wir lassen dich in Ruhe die Schokolade trinken? Von wegen Unsere Strohhalme sind schon bereit Mh, wie lecker Wo ist die Schokolade hin? Das mit Freunden soll man doch teilen Der Diebe Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal wird der Preis noch besser sein Schaut mal, was für ein süßes Hündchen Wir sind mit ihm Gassi gegangen Und das ist euer Preis für die Runde Wer es am besten malt, gewinnt es Viel Glück Ich hab keine Lust auf Runde, Kacke Ich mal einfach was anderes Ich muss das schlechteste Bild in meinem Leben machen Genau Ich mal einfach mit dem Fuß Sorry, das könnte ein bisschen stinken Was, was soll das? Ist das eine Gasattacke? Äh, das war doch bloß mein Fuß Alle werden sicher was Tolles malen Ich will mir gar keine Mühe geben Ich mal einfach irgendetwas Das wird schon Oh nein, ich hab den Filzstift verloren Ich brauch dringend einen anderen Die verliere ich heute alles Ich muss vorsichtiger sein Was? Was malen die anderen? Eure Zeit ist um Zeigt mir, was ihr geschafft habt Das war's schon? Hurra, ich bin bereit Chelsea, von dir hab ich was Besseres erwartet Wow, Samantha, das ist fabelhaft Mary, wieso schläfst du? Ich schlafe nicht Hier ist mein Bild Oh je Das ist ja ein echtes Stück Kacke Du kriegst den Preis Wir gratulieren dir Ein Stück Kacke? Oh Mann Ich muss das essen Vielleicht ist das ja ein Prank Tatsächlich, das ist ja Nutella Die probiert Kacke Gar nicht, das ist Nutella Wollt ihr was? Nein, danke Mädels, seid ihr bereit? Hier kommt die nächste Runde Diesmal müsst ihr dieses süße Kätzchen malen Das ist ja so klein Und flauschig Wer am besten malt, kann es haben Diesmal malt ihr mit Kreide Und zwar auf eurem Gesicht Viel Spaß dabei Tatsächlich, wer braucht schon Papier? Wenn ich mich selber in eine Miezekatze verwandeln kann Das sollte nicht allzu schwer sein Ich sehe auch wie ein Kätzchen aus Ich mach das am besten Ihr braucht euch keine Mühe zu geben Gegen mich habt ihr keine Chance Ich benutze nämlich einen Spiegel Es ist doch viel zu dämlich, ohne Spiegel zu malen Ich hab schon so gut wie gewonnen Chelsea ist richtig schlecht in Malen Und um Harry? Wow Aber der Spiegel verstößt gegen die Regeln Was fällt hier ein? Schau mal, was sich Chelsea erlaubt Ja, das ist voll unfair Wir müssen ihr eine Lektion erteilen Nein, tut das nicht Ich hab doch schon fast gewonnen Wenn Samantha sich auch weiter so gut schminkt Hab ich auch keine Chance Ich muss ihr Make-up ruinieren Samantha, du hast dich da dreckig gemacht Wo, wo, sag es mir Ich helf dir gleich So ist gut Oh, vielen Dank Mädels, zeigt mir eure Katzengesichter Come on Mary, du hast dir ja gar keine Mühe gegeben Kleiner, schau nicht hin Samantha, hast du schon mal eine Katze gesehen? Du siehst wie ein Pirat aus Ein Pirat? Ach du Jetzt ist doch wohl klar, wer gewonnen hat Nicht wahr? Sieht so aus, als hätte Chelsea gewonnen Hier bekommst du den Kleinen Oh je, oh je Sagt bloß, dass ich wieder eine Katzenallergie habe Das macht nichts Wir geben den Kleinen ein neues Zuhause Mary und ich Nein, das gehört mir Er hat erstmal gesund Ich sehe, ihr habt euren Spaß Das ist unser Nixerpreis Diesmal gibt es diesen Fisch zu gewinnen Den malt ihr mit verschiedenen Soßen Das wird nicht einfach Aber ich bin mir sicher, ihr könnt das schaffen Die Zeit läuft Das ist super Mit Soßen malen macht nicht nur Spaß Das schmeckt auch noch Hey, was tust du? Du müllst nicht voll Sorry, das wollte ich nicht Okay, ist gut Das muss ja irgendwie Spaß machen Soßen sind voll bunt Sieht cool aus Ich habe noch nie mit Ketchup gemalt Diese Käsesoße ist so gelb Ich fange damit an Das war es auch schon Macht nichts Ich mache mit einer anderen Soße weiter Wow, ich hätte nie gedacht Dass das so viel Spaß machen könnte Oh Mann, alle machen das voll gut Ich muss Gas geben Ich will auch gut malen Die riechen ja voll lecker Ich habe keine Lust zu malen Ich will die Dinger essen Hä, wer isst denn schon Soßen ohne alles? Du hast auch keine Ahnung Das ist mega lecker Mag sein, aber ich mag es mehr zu malen Oh nein, oh nein, bloß nicht das Ein Bild ist dahin Wie konnte das passieren? Nein, ich habe alles aufgegessen Womit soll ich malen? Macht nichts Ich klaue mir einfach Samantas Bild Eure Zeit ist um Zeigt mir eure Bilder Ja, ja, ja Ich nehme mir so lange das schönste Bild Mary, heute ist eindeutig nicht dein Tag Das Bild ist so lala Das von Chelsea gefällt mir gut Gut gemacht Äh, Samantha, was hast du so lange gemacht? Dachtest du wohl, du kannst einfach aussetzen in der Runde? Ups Weißt du was? Dafür bekommst du diesen riesigen Fisch hier Alles nur wegen Chelsea So viel rohen Fisch schaffe ich doch nie im Leben Ich habe eine Idee Ich bereite den Fisch einfach zu Das ist eine gute Idee Ich brauche nur einen Gasbrenner Oh, Chelsea, sorry Das wollte ich nicht Ups Steht dir Ihr könnt mich mal Jetzt brate ich meinen Fisch Das wird sicher lecker Ihr könnt mir guten Appetit wünschen Lecker Schmecker